Mädchen, Mädchen! Solltet ihr vielleicht mit mir ficken? Wenn's dich nicht stört, dass ich dabei kotze. Mädchen, Mädchen! Eine Komödie kommt zum absoluten Höhepunkt. Also das nächste Mal nehmen wir wieder die Rede. Ab Donnerstag im Kino. Die Nummer 1 aus den USA. Joe featuring Mystical. Stutter. Seine neue Hit-Single aus dem Album My Name is Joe. Neu. Cool Cinnamon. Musst du probieren. Jetzt anrufen und gewinnen. Every single day. Das Hit-Album von GLOBE. President out now. Ich bin ein Vollidiot. Für alle, die jetzt erst merken, wie geil New York schmeckt. Die Big NY jetzt neu bei Pizza Hut. The American Way of Pizza. Riske-Bee kommen mit ihrem Album. Jeans for Nassis. Inklusive der Hit-Single Propaganda. Riske-Bee. Jeans for Nassis. Das Album jetzt überall. Mit Viva macht das Aufstehen jetzt richtig Spaß. Hallo ihr Lieben da draußen. Ich grüße euch hier im Viva-Wecker. Der neue Viva-Wecker ist da. Von Montag bis Freitag von 6 bis 9 Uhr morgens könnt ihr die Show mitgestalten. Coca-Cola zeigt eure Messages on Air. Schickt uns einfach eine SMS, eine E-Mail oder sendet uns eine Videomail. Unsere SMS-Line 0175 582 8588. Wie du uns Mails schicken kannst, erfährst du auf der Viva-Website viva.tv. Der Start in einen ganz besonderen Morgen. Ich hab schon wieder so geschlafen. Sowas gibt's nur hier. Probier was Neues. Der neue Viva-Wecker. Wake Up mit Coca-Cola. Und Viva.